So, jetzt bin ich bereit für eine Veranstaltung, die es schon in den 20er Jahren gegeben hat. Ab zum Kabarett der Namenlosen. Hier in Berlin-Weißensee findet man die extravagante Show. Ein Ticket kostet 31 Euro. Wow! Es herrscht Kabarett-Atmosphäre. Spätestens jetzt ist die Zeitreise gelungen. Aber wie sieht die Stimmung hinter der Bühne so aus? Sieht so toll aus. Das ist Edelstein, die Veranstaltung. Hi! Du, freut mich sehr. Jedenfalls. Sag mal, woher kommt der Name? Kabarett der Namenlosen. Also der Originaltitel kommt tatsächlich aus den 20er Jahren von einem Kabarett, das so 1926 ungefähr gegründet wurde, von einem gewissen Herrn Erich Lewinsky. Und da sind die Leute aufgetreten, die eigentlich Künstler sein wollten, aber es nicht waren und sich eigentlich nur lächerlich gemacht haben vor dem Publikum. Und je lächerlicher, desto besser war es für dieses Kabarett. Na, ob das ein gutes Omen für die Show ist? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Kabarett der Namenlosen zeigt seine Vielfalt. Von der anspruchsvollen Gesangseinlage, über das Groteske, bis zu sexy und schamlos lustvoll. Und natürlich ganz viel Perücke. Und schon leitet der Gong den nächsten Akt ein. Dieser nennt sich mein persönlicher Albtraum. Ich muss tatsächlich auf die Bühne. Vor ausverkauftem Haus habe ich plötzlich Hände überall. So schnell war ich noch nie wieder auf meinem Platz. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt Lust auf Berlins 20er bekommen haben, dann viel Spaß beim Nachreisen. Und vielleicht machen Sie ja eine bessere Figur auf der Bühne als ich. Das wünsche ich Ihnen. Noch besser, das geht auch gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.